Hey zusammen, mein Name ist Ella, falls ihr neu hier seid und in diesem Video möchte ich etwas das Augenmerk auf die Künstler in meinem Umfeld legen. Repräsentativ dafür werde ich drei von ihnen malen und ein bisschen über das Thema quatschen. Deswegen rede ich jetzt nicht so sagen, sondern wir fangen direkt an. Künstler. Wenn wir ehrlich sind, ist das schon ein etwas vorbelasteter Begriff, oder? Ich meine, allein schon die Tatsache, dass in meinem Umfeld ich immer wieder mitbekomme, dass man sich irgendwo rechtfertigen muss für seine Arbeit, für seinen Preis, für seinen Lohn, seinem Lohn hinterherlaufen muss, finde ich, reflektiert das schon sehr gut, inwiefern dieses Berufsfeld eventuell ernst genommen wird oder wertgeschätzt wird. Obwohl gerade Künstler mit ihren Ansichten, Perspektiven und Emotionen ihre Umwelt zum Blühen bringen können. Wir haben hier jetzt gerade das beste Beispiel dafür. Nuria ist ein so unfassbar positiver Mensch und selbst jetzt zu Zeiten, wo vielen die Grundlage genommen wurde, in ihrer gewohnten Weise zu arbeiten, selbst dann zeigt sie, dass man sich eben neue Wege sucht. Und viele erfinden sich gerade neu und suchen Lösungen für diese Situation. Und das ist kein Grund für sie stehen zu bleiben, sondern ganz im Gegenteil, noch einen Schritt weiter hinaus zu gehen und über sich selbst hinaus zu wachsen. Künstlerische Arbeit hat die Kraft in sich einem das fast Wertvollste zu schenken, was es gibt, nämlich Momente, in denen man völlig im Hier und Jetzt lebt und man sich komplett auf das einlässt, was man gerade sieht oder hört und vor allem fühlt. Denn durch irgendeine Performance oder ein Bild oder ein Musikstück werden eben ganz persönliche Erfahrungen und Gefühle preisgegeben. Gefühle und Erfahrungen, mit denen man sich selber eventuell auch identifizieren kann. Und dadurch entsteht wieder eine Art von Verbundenheitsgefühl. Und vielleicht sogar die Erkenntnis, dass wir im Endeffekt doch alle im gleichen Boot sitzen. Ich finde, in keinem Berufsfeld ist es so extrem, dass man einerseits die Leichtigkeit des Lebens näher gebracht bekommt, denn oftmals geht es in der Kunst darum, loszulassen und frei zu sein und zu sich selber zu stehen und überhaupt erst herauszufinden, wer man überhaupt ist. Zu genießen, dass man da ist, dass man erlebt und dass man fühlt. Und auf der anderen Seite schaffen es Künstler eben auch sehr tiefgründige Themen anzusprechen, eventuell auf Missstände aufmerksam zu machen, Diskussionen anzuregen und gemeinsam zu überlegen, wie man eine Besserung schaffen kann oder wie man aktiv werden kann. Also, wie man die Beli herknültig aufmangt, eben auch die Leidy kann sehr gut machen werden, wenn man die Leid zu sein, werden gar nicht mehr leiden. Sie Sie diskutieren ein und leiden darüber, dich insulin-zufrieden, Sie Stripe ausschготовst, etersubbl plante ähnlichen viele Livesか, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.